Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Folge vom Deckcheck-schrittstrich von Was wollt ihr am Freitag sehen? Ich habe heute mal 6 wunderschöne, standardlegale Meta-Decks rausgesucht, über die ihr abstimmen dürft. Ich habe mir gedacht so, hey, die Meta bildet sich gerade und man kann auch sehr, sehr viel testen, da sollten wir das tatsächlich doch einfach mal machen. Und ich habe 6 Decks rausgesucht, die wunderschön sind, liebe Leute, sie sind wirklich toll. Wie ihr darüber abstimmen könnt, ist ganz einfach, ihr geht unten in die Videobeschreibung, dort ist ein Link, da klickt ihr drauf, Da kommt ihr zu einer wunderschönen Seite, die heißt Straw Paul, das ist eine Abstimmungsseite, dort wählt ihr das Deck aus, das ihr gerne sehen würdet. Drückt auf Abstimmen und das Deck mit den meisten Stimmen wird dann in einem Deckcheck durchgecheckt. Wir fangen direkt mal an, ich habe wie gesagt 6 Decks, den Taunt Druid ist Nummer 1, Odd Rogue, nicht Odd Quest Rogue, nur Odd Rogue ist Nummer 2, aber eine Quest darf natürlich nicht fehlen, deswegen haben wir den New Quest Priest mit dabei, Crow Mage ist noch dabei, Glindalock und nicht zu vergessen im Paladin, ein wunderschöner Dragon Paladin. So, das sind die 6 Decks, wie gesagt, geht einfach unten in die Videobeschreibung, stimmt darüber ab, was ihr sehen wollt, schreibt mir auch noch gerne, wenn ihr irgendwelche Deckideen habt, in die Kommentare rein, das würde mich sehr, sehr freuen, und dann hätte ich mal gesagt, liebe Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal dann, türelü! Bis zum nächsten Mal, türelü!